So, weggemacht. Ich komme da tatsächlich durch. Bin begeistert. Sehr schön. Müssen wir es einfach mal schnell hinweg machen. Wir sterben da 212 Reiter. Oder es stirbt gar keiner. Auch gut. Bis sie aufgebaut sind, ist sie schon tot. Einpacken. So, der ist wichtig. Boah, das dauert ja ewig. Nicht, dass es jetzt noch allzu schwer ist. Das glaube ich auch nicht mehr, dass es das noch... Oh, da fehlen die Versischiffe. 1, 2, 3. Ich glaube nicht, dass es auch noch deutlich schwerer wird, aber... Dauert halt noch lange. Wo ist denn der kaputt? Komisch. Wie viele Schiffe, die ich da schon zerlegt habe, möchte ich gerne nachher mal wissen. Schade, dass man das nicht rausfinden kann. Holz, 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 Holz. Holz. Und ihr Steine. Okay, das Lager würde ich sagen... ...ist weg. Diese decken Tore, 4.000 Leben. So, zwei Lager noch. Ich hoffe. Anna, Anna. Die rufen immer nach Anna. Wer ist Anna? Ah, jetzt werden sie zerschlitzt, dass zwei abzusehen. Ich glaube, ich mache erst mal den da, den kleinen. Das sollte jetzt wirklich kein Problem sein. Steht sogar eine Reliquie drin, das ist ja nett. Ich glaube, ihr sterbt jetzt halt, ist mir auch egal. Anna, Anna. Seht ihr? Seht ihr? Hört ihr? Anna, Anna. 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 Anna, Anna. Anna, Anna. 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 Ja, er trifft natürlich wieder den eingepackten. Ja, Leute, nervt doch nicht. Wer seid ihr? Achso, ihr seid die. Gut, könnte man jetzt ein bisschen Suizid nennen, muss man aber nicht. Ich glaube, ich muss da nochmal eine Ladung nachschieben. Warum greift da nur einer an? Was soll das? Oh, ich sitze hier irgendwie scheiße. So. Oh, viel besser. So, was haben wir hier? Ah, clever, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. heilig ist gerade out oder was die nicht geheilt diese produktionsgeschwindigkeit ist abartig gold da ist noch gold da komme ich ran da ist noch gold da komme ich ran da sind noch leute die machen nix steine völlig wurscht so jetzt mal den nachschub auspacken gut also wie gesagt es ist nicht mehr schwierig es ist nur noch viel dürfte jetzt eigentlich nichts mehr sein dass ich es nicht schaffe ich nicht hier nee hatte ich nicht schiffe machen das da sehr schön wenn ich mit reliquie danke die sind schon fertig haben wir noch irgendwo was drei ja nee kommen so ein kack irgendwie fehlt mir doch ein da fehlt mir noch ein ding ins ein mönch da kann er durch ne ok da kann man durch nein kann man nicht die machen ich glaube die machen zwei schaden pro schuss so das dürfte doch jetzt das letzte lager sein mönch mit der peitsche wo ist er da das sind sehr viele einheiten ich glaube ich mache einfach nochmal jetzt sind die die eigentlich am schwächsten sind die einzigen die überleben wahrscheinlich nachher ne weil die aquitanischen menschenviecher dinger muss ich ja nicht töten menschenviecher dinge ist auch schön ihr habt das ist das letzte lager und das ist auch nicht besonders groß das dürfte es dann gleich sein aber ich mache wie gesagt ich mache ich mache auf nummer sicher und auf nummer sicher also ich gewinne es ja auf jeden fall es ist halt keine lust dass das jetzt dann hier noch wieder allzu lange dauert was soll ich denn da so wahrscheinlich reicht sogar wenn ich die burg zerleg oder hab ich da nicht auch gewonnen oh gott 120 und vorbei nicht vorbei schade ist da noch ne Burg ist nicht so nice schön 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 und dann ist da wahrscheinlich noch ne Burg oder sowas oder ja keine Ahnung muss doch nur noch die fränkische Armee ne ja besiegen sie die fränkische Armee letztes mal war es ja die Burgen oder war da noch irgendwie ah guck mal guter Schuss was für den kommt ihr denn machen wir mal anders ähm Schiffe Fuhr kaputt machen ich habe keine Ahnung ich finde die mir auch wieder sehr schön gemacht das ist das passt immer alles ist sehr stimmig ich habe keine Ahnung ob das äh richtig ist also ob Bordeaux am Wasser liegt ne keine Ahnung äh geografisch ist da nicht so also nicht so gewandert aber ich schätze mal einige von euch werden wissen ob das gut gemacht ist oder nicht ich finde es auf jeden Fall schön na Jungs eingekerkert da ist keine Burg mehr ich wahrscheinlich wirklich einfach nur alles zerlegen Turm weg Hafen weg Senne weg das sind nicht weg 126 ach komm ach so letzte Einheit ne letztes Militärgebäude jay gewonnen Tarek Emsiak Kampagne abgeschlossen triumphales Trio was auch immer das ist das obere kann ich mir jetzt so ganz knapp noch vorstellen sehr schön Kampagne durch so dann wird es hier vielleicht noch irgendwie einen Abspann geben ist Wunderschön das ist gut nicht hoher das 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 hat Nach dem Entfernung von unseren Anrufen, Odo's Armee schandte auf Bordeaux, nur um zu fallen unter unseren Hohen zu fallen. Eine Frankische Armee haste aus, aber es war kein Spiel für die brave und seizten Kriege. Eine blöde Worte in Süd, und danach, die Franks lamenteten ihre Defeatung, zu sagen, dass Gott allein kennt die Zahl der Schläge. Ja, Halleluja. Das war doch schön. Eine, wie ich finde, sehr, sehr, sehr schöne Kampagne. Und das war bisher erst die erste Tage im Sia. Die anderen werden demnächst folgen, natürlich. Die werde ich hier direkt im Anschluss machen. Also jetzt nicht, nicht heute, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, allgemein, sehr geil. Das waren die Berber. Ich schätze mal drei andere Kampagnen für die drei anderen neuen Völker. Und es hat sehr Spaß gemacht, auch wenn diese Kombination aus Elite, Kamel, Schüttel, Schützen und Mönchen und Trieböcken doch meines Erachtens ziemlich stark ist. Also ich wüsste nicht, selbst wenn ich jetzt dagegen spielen sollte, wie würde ich denn dagegen spielen wollen? Du müsstest irgendwie eine Armee wirklich an Paladin machen, gleichzeitig reinschicken. oder eine Armee an Kamelreittern an sich, denn die sind ja gut gegen berittene Einheiten. Das müsste dann vielleicht funktionieren. Eine andere Idee hätte ich nicht, weil wenn du... Fußsoldaten sind sofort tot. Achso, nee, hier, das ging ja noch von den Goten. Huskal? Huskal, ja, das ging ja noch. Aber alles andere hat ja einfach keine Chance. Ja, also gefiel mir. Ich hoffe, es gefiel euch auch. Wir werden jetzt, wie gesagt, die nächste Kampagne spielen. Ich weiß nicht genau, welche das ist. Muss ich mal gucken. Wir werden es dann ja sehen. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen dazu? Bär war zu stark. Werde ich auch wahrscheinlich mal in normalen Spielen spielen. Gefällt mir sehr. Macht Spaß. Null Paladin haben sie leider nicht. Ja, okay. Dann das Übliche. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oder ein Abo da. Kommentiert auch gerne. Vielleicht, wenn euch irgendwas nicht passt. Oder wenn euch was passt. Ich freue mich sehr über alles. Ich bin auch auf Twitter. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Ab und zu. Also, wenn ihr mir bei YouTube folgt, dann seht ihr es ja sowieso, wenn was Neues kommt. Was soll das denn hier? Später. Wo war ich jetzt? Genau, auf YouTube. Dann seht ihr ja sowieso, wenn ich ein neues Video raushaue. Aber ich teile das auch auf Twitter. Ab und zu haue ich auch nochmal einen Kommentar grundsätzlich auf Twitter raus. Da kommt dann häufiger wahrscheinlich auch mal ein Update, wie das jetzt bei mir mit irgendwelchen Videos aussieht. Da muss ich dann nicht immer einen Vlog oder sowas zu machen. Das ist ja Blödsinn. Dann sage ich lieber mal auf Twitter, wenn irgendwas fehlt. Also, dann folgt mir gerne auch da. Würde mich auch sehr freuen. Haltet einfach die Perkruft. Werdet ihr da locker finden. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Lasst einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.